Lebenskünstler, immer schon gewesen, ja. Immer schon Lebenskünstler gewesen, immer schon auch, wie gesagt, auch echt schwierige, verdammt schwierige Zeiten gehabt, also auch wirtschaftlich verdammt schwierige Zeiten gehabt. Auch jetzt ist es gerade wieder eine Zeit, wo es schwierig ist, weil das Alte wegbricht und das Neue noch nicht so da ist. Also auch wenn man Fairtalk sieht, dann denkt man vielleicht, naja, denen muss ja gut gehen, kann ich nur sagen, nein. Also wir machen dieses Projekt, wir sind noch im Aufbau und wir sind auf Unterstützung absolut angewiesen. Ohne die wird das gar nicht gehen und von daher immer Lebenskünstler gewesen und so ist es dann wahrscheinlich auch zu dieser Idee mit Probiere dich aus und werde glücklich gekommen. Also das ist ein Projekt von mir, das ich im November gestartet habe, weil bei mir war es immer das Ausprobieren. Ich war immer neugierig, Sachen auszuprobieren. Ich fand das immer spannend. Ich wollte Klavier lernen und habe dann angefangen, mir Klavierunterricht zu suchen, erst ganz klassisch. Das hat aber nicht so gut funktioniert, weil immer wenn ich das Stück spielen konnte, konnte ich es schon nicht mehr hören. Dann habe ich irgendwann eine Musikstudentin kennengelernt und die hat mir das nach Akkorden beigebracht und ich bin kein brillanter Klavierspieler. Aber ich kann jetzt so kleine Melodien komponieren und habe da eine riesen Freude dran und probiere das einfach aus. So wie ich auch am Ende Fairtalk ausprobiert habe oder ausprobiere, so wie ich auch gerade ein Buch schreibe und das ausprobiere. Und wenn ich morgen irgendwie, keine Ahnung, die Idee für ein neues Unternehmen hätte, würde ich es ausprobieren. Ich würde es einfach machen. Ich liebe das. Ich bin jemand, der es einfach großartig findet, Ideen auch umzusetzen. Und ich habe in meinem Leben viele Ideen umgesetzt, die richtig gut funktioniert haben und ich habe auch Ideen gehabt, mit denen ich richtig auf die Schnauze geflogen bin und die richtig wehgetan haben und wo ich richtig auch Geld verloren habe. Und wieder aufstehen musste und quasi mit einem Bein in der Insolvenz und also dramatische Zeiten, schlaflose Nächte, alles, das komplette Programm und das teilweise über einen langen Zeitraum. Also nicht mal zwei, drei, fünf Tage oder so. Aber ich finde es einfach so in der Komfortzone wird mir schnell langweilig. Und wieder aufstehen.